Deutschlands Schuldenuhr tickt unaufhaltsam. Der Schuldenberg wächst in astronomische Höhen. Knapp 1,8 Billionen Euro beträgt die Staatsverschuldung aktuell. Pro Kopf sind das 21.000 Euro. Es gibt nur eine Lösung für Deutschland, um nicht im Schuldensumpf zu versinken. Sparen, sparen, sparen. Doch wo wird der Sparhammer zuschlagen? Eins ist sicher, wir Steuerzahler werden gemolken. Die Regierung will einen Milliardensparplan vorlegen. Doch der Wille der Ministerien einzusparen, ist nur bedingt vorhanden. Wenn man in meinem Ressort bisher schon hätte sparen können, dann hätte ich es ganz bestimmt getan. Hier den Kita-Platz zu streichen, ist ab anderem. Wo das Leben und die Gesundheit unserer Soldaten im Einsatz betroffen ist, da darf es auch keine Kompromisse geben. Sie müssen verstehen, dass ich das jetzt erstmal mit dem Bundesfinanzminister und dann mit Ihnen diskutiere. Fakt ist, 2011 sollen 10 bis 2016 sogar 60 Milliarden Euro gespart werden. Schuldenbremse heißt das Zauberwort, nicht nur in den Ministerien. Viele Sparmodelle werden jetzt diskutiert. Mehrwertsteuererhöhung, Rentenkürzung, Wegfall der Pendlerpauschale, PKW-Maut oder Streichung von Feuertagszuschlägen. Maßnahmen gäbe es viele. Die Frage ist nur, wer zahlt am Ende? Ja, und wir erweitern unsere Runde zunächst mal um Carola Verstel, eine alte, gute Bekannte unserer Sendung. Herzlich willkommen, Finanzexpertin, Moderatorin bei NTV. Jemand, der sich mit Geld und Börse nachweislich sehr, sehr gut auskennt. Und wir begrüßen sehr, sehr herzlich Professor Justus Haukapp, den Vorsitzenden der Monopolkommission, der ein ganz bemerkenswertes und sehr interessantes, auch fast schon heiteres Buch darüber geschrieben hat, was wir in Deutschland alles so an Behörden haben und was wir möglicherweise in Zukunft nicht mehr brauchen. Herzlich willkommen. Zunächst mal Frage ins Publikum. Was denken Sie? Ich bitte um Gebote. Was denken Sie, wie hoch ist Ihre, Ihre, Ihre aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung? Schießen Sie mal eine Zahl. Wie viel? 15.000? Wer bietet mehr? Sie sind? 20.000. 20.000, wie gesagt, 20.957 Euro aktuell. Aber kein Grund für ein gutes Gefühl, wird täglich ein bisschen mehr. Also, was bedeutet das denn für jeden Einzelnen von uns? Das sind dann immer so theoretische Zahlen, die dann veröffentlicht werden. Dann sagt man, jeder Bundesbürger hat im Augenblick so und so viele Schulden. Was heißt das denn letzten Endes? Das heißt letzten Endes, na gut, man muss es erstmal noch ein bisschen qualifizieren und sagen, es gibt natürlich gewisse Wertgegenstände oder Werte, die denen auch entgegenstehen. Weil die Bundesrepublik auch eine Menge an Besitztümern einbringt in diese ganze Rechnung. Aber es gibt staatliche Unternehmen, staatliche Infrastruktur, die ist ja auch etwas wert. Von daher ist das nicht alles eine reine Netto-Verschuldung in dem Sinne. Aber es heißt natürlich auch, dass diese Verschuldung irgendwann zurückgezahlt werden muss. Und da gibt es dann, das ist ja auch ein bisschen das Thema, zwei Wege, Steuererhöhung oder Leistungskürzung. Oder dann noch die Möglichkeit, Leistung vielleicht effizienter zu erbringen. So, und das ist im Grunde unser Thema heute. Und bevor wir anfangen, wollen wir zunächst mal für Sie zu Hause einfach eine Uhr laufen lassen. Fängt bei null an und am Ende dieses Gesprächs wird Sie irgendwo landen und dann schauen wir uns einfach mal an, wie viele Schulden mehr wir nur in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt hier miteinander sprechen, gemacht haben. Herr Haukapp, Sie sind Vorsitzender der Monopolkommission. Sie sind Beamter. Das ist richtig. Wenn man als Beamter ein Buch schreibt über Beamte, die man nicht mehr braucht, macht man sich viele Freunde? Nee. Als Vorsitzender der Monopolkommission machen sich ohnehin keine Freunde. Was machen Sie genau, Monopolkommission? Was heißt das denn? Die Monopolkommission beschäftigt sich prinzipiell mit Fragen des Wettbewerbs und der Regulierung von Märkten und ist ein Beratungsgremium der Bundesregierung. Dieses Buch allerdings habe ich in meiner Funktion als Hochschullehrer geschrieben. Also das ist kein Gutachten der Monopolkommission, sondern aus meiner Tätigkeit an der Universität Düsseldorf entstanden. So, Sie haben eine Liste auf oder ein Buch veröffentlicht, Behördenflut in Deutschland, in dem es eine Liste gibt. Die 50 überflüssigsten Behörden. Was ist denn dabei rausgekommen? Wir haben das genannt 50 Behörden auf dem Prüfstand, weil es ist gar nicht möglich, sämtliche Behörden in Deutschland zu überprüfen. Es gibt auf kommunaler Ebene Behörden, auf Landesebene Behörden, es gibt auf Bundesebene Behörden, auf europäischer Ebene Behörden. Wissen Sie, wie viele es davon gibt? Es ist unmöglich, das genau zu... Weil es so viele sind, oder weil keiner zählt? Weil es keiner zählt. Es gibt keinen Katalog deutscher Behörden, im Grunde, in dem man mal nachblättern könnte. Und es gibt dann auch eine ganze Reihe von Mischformen von Institutionen, die als GmbH organisiert sind, aber doch zu 100 Prozent in staatlichem Besitz sind. Also im juristischen Sinne keine Behörde darstellen, aber Dinge tun, die an anderen Orten Behörden tun. Also das kann man gar nicht so genau greifen, wie viele Behörden es eigentlich gibt und wie groß der staatliche Einfluss sonst noch ist. Und was hat denn Ihre Analyse ergeben? Denn im Augenblick erleben wir doch, dass der Staat sozusagen zurückkommt. Nach der ganzen Welle der Privatisierung kommt jetzt der Staat im Grunde zurück und sagt, mach ich, mach ich, mach ich, machen wir alles selber. Richtig, das ist so ein bisschen die Tendenz, die man beobachtet. In vielen Bereichen dringt der Staat weiter vor. Und das ist aber nicht eine Tendenz, die ganz neu ist, sondern die gab es auch schon lange. Dass man sieht, bestimmte Behörden, die wachsen immer stärker. Und das ist auch die Idee dieses Buchs gewesen, zu sagen, gibt es denn eigentlich auch Behörden, die man heute gar nicht mehr braucht oder vielleicht nicht mehr in diesem Umfang braucht? Oder gibt es nicht Dinge, die auch Private oder der Markt tatsächlich leisten können, ohne dass der Staat sich darum selber kümmert, wo vielleicht eine Aufsicht reicht oder ein Regulierungsrahmen der Anreize schafft, dass Leistungen erbracht werden? Also Sie haben eine ganz persönliche Top 5, über die wollen wir jetzt mal sprechen. Was ist denn in Ihren Augen die überflüssigste Behörde in Deutschland? Ich frage mal bei Herrn Jürgs an. Haben Sie eine Lieblingsbehörde, Herr Jürgs? Also meine Lieblingsbehörde ist eigentlich nicht in Deutschland, sondern das ist die schöne in Griechenland, wo ich so begeistert war, die 1953 gegründet wurde. Wenn das mit Kreditvergabe oder? Nein, weil ein Fluss versanden sollte. Da wurde eine Behörde gegründet, 1953 mit etwa 30 Leuten. Der Fluss war schon versandet, als die Behörde eröffnet wurde. Die sind aber immer noch im Amt, verdienen alle sehr viel Geld. Und das sind so Beispiele, wo ich mich riesig freue und sage, wunderbar, dass ich in einem Land lebe, wo das zumindest nicht passiert. Jetzt könnte man darüber streiten, ob jedes Bundesland alle die Ministerien und Behörden braucht, die es hat, ob wir noch so viele Bundesländer brauchen. Und da sind wir schon bei einer Idee, die nicht Zentralbehörde ist, sondern die darauf auszielt, dass die Erfahrungen, die Unternehmer gemacht haben in der Privatwirtschaft, auch vielleicht mal übersetzt werden auf den Staat und dadurch plötzlich ganz neue Möglichkeiten entstehen, Geld zu sparen, effizienter zu sein. Herr Grupp, haben wir zu viel Bürokratie in Deutschland immer noch? Ich meine, der Bürokratieabbau wird ja seit Jahren beschworen und, wenn man Edmund Stolper glauben darf, in Brüssel auch vorangetrieben. Also wenn ich das so höre, da haben wir sicher zu viel Bürokratie, wenn alleine hier 50 Positionen sind, die zu streichen sind und hier auch gesprochen wird. Ich persönlich meide die Bürokratie. Ich habe bei 1200 Arbeitsplätzen 32 Verwaltungsleute, die in der Verwaltung arbeiten, die sitzen um mich herum. Wir sind nicht problematisch, wir entscheiden und fragen nicht lange und wir werden ganz wenig mit Behörden konfrontiert. Wir wollen auch keine Zuschüsse, keine Subventionen. Wir bringen eine gewisse Leistung, meine Mitarbeiter auch und sind deshalb mit den Behörden nicht so oft zusammen. Aber vielleicht ein kleines Beispiel. Ich bin ja nebenberuflich noch Land- und Forstwirt und da habe ich mich schon gefragt, wie sinnlos wird vieles gemacht. Ich baue dann auch einen Forstweg und da gibt es nun mal einen Zuschuss. Und wenn ich nun sage, das kriegen vier oder fünf Firmen die Ausschreibung und da 100 Seiten Ausschreibung gemacht, die ich nie lese, da bin ich überhaupt nicht dazu geeignet und auch zu faul, weil ich die Sinnlosigkeit nicht einsehe, dass ich 100 Seiten lese. Aber die muss der Einzelne durchlesen und wenn ich da sehe, was da alles Sinnloses drin steht und wir dann von Sparmaßnahmen reden, dann muss ich Ihnen recht geben, dann könnte man vieles einsparen und man sollte vor allem eins wissen. Bevor man dem Leistungsträger, nämlich dem Bürger, der Leistung und arbeitet, Steuern erhöht oder irgendetwas wegnimmt, muss man vor allem die Sinnlosigkeit, die keinem nützt, wegnehmen, das ist das Erste, und vor allem auch die Verantwortung in unsere Gesellschaft zurückbringen. Und die, die bisher gezockt haben, sollte man endlich dorthin bringen, wo sie hin müssen, nämlich zur Verantwortung. Und wenn sie die Verantwortung nicht haben, müssen sie die Zeche selber bezahlen, die sie uns allen einbrocken. Das ist mein erster Verantwortung. Das ist ein schöner Gedanke, aber heute nicht unser Thema. Ich frage mal in die Runde, Herr Grupp, weil Sie gerade Forstwirtschaft angesprochen haben. Was gibt es nicht? A. Eine Behörde, die sich darum kümmert, dass man jagen kann. B. Eine Behörde, die sich um Weinbau kümmert. Oder C. Eine Behörde, die dafür sorgt, dass Hengste für die Züchtung bereitstehen. Hengste. Sie glauben, dass es die Hengste nicht gibt? Nicht gibt. Ich glaube, es gibt sie alle. Alle? Was sagen Sie? Alle? Das ist doch unmöglich. Wieso brauchen wir eine Behörde, die sich darum kümmert, dass man jagen kann? Und eine der sich um... Jagdbehörde. Jagdbehörde. So, okay, gehen wir davon aus, gibt es... Es gibt aber keine Jagdscheine. Also, Herr Haukapp, klären Sie uns auf. Ja, es gibt alle drei. Tatsächlich? Also, Züchte... Es gibt staatliche Gestüter. Genau. Warum? Die falsche Frage an der Stelle. Genau, also, Sie sind nie privatisiert worden. Also, es gab...